Have fun, hier ist der Avoram zurück in Transformers Fall of Cybertron Kapitel 8 Verbindet euch mit den Combaticons, ich hoffe es war richtig Von daher wünsche ich erstmal viel Spaß hier in diesem Video Detektiv Swindle, Merchant of Renown Detektiv Swindle, Merchant of Renown Verlangt von Renown Das ist was du, Loser! Das Alarm macht mich verrückt! Körse! Körse! Aber muss! Körse! Auf den Mann! Körse! Nö! Wendel, Sie müssen die Anni-Aire-Cannons von der Catwalks von der Ausgabe von der Transport. Ich werde die Anni-Aire-Cannons von der Transport offline! Frage! Das Transport kann fliehen! Warum hat es nur das gemacht? Wahrscheinlich braucht es viel Energie zu fliehen, zu fliehen. Wirklich? Denn wenn Sie die totalen Masse und ... Fokus, Swindel! Das Dr. Kant! Das ist Starscream! Die Mission ist lost! Abort! 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 You've got to be kidding, Starscream! It's only a matter of time before we disable the transport! Abort! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir versuchen das schon zu tun. Wir sind schon auf unsere Weg. Die S.H.I.E.L.D.s. sieht aus. Wir brauchen noch eine andere Art. Any ideas? Auf den Dropship und man die Cannon. Sie sehen, die S.H.I.E.L.D.s. geht um zu da. Das ist was wir sprechen. Die S.H.I.E.L.D.s. Wiesel! Quit messin' around and hop on the Dropship Turrets now! Die S.H.I.E.L.D.s. Die S.H.I.E.L.D.s. Die S.H.I.R.D.s. Die S.H.I.E.L.D.s. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Aaaaaaahhhhhh! Werner, come on! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist zu easy! 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 Hold the bridge! Das ist zu easy! 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 Nope! Das ist zu easy! 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 Das ist zu easy!